Die Stadtaffen sind heute wieder für euch unterwegs. Wir sind in der Anna. Hier findet heute die FH-Party statt. Ganz viele Studenten werden hier heute vor Ort sein. Studenten-Partys sind ja angeblich die schlimmsten. Ich bin mal gespannt. Ja, mal sehen, was uns da erwarten wird mit den ganzen Studenten. René, kennst du dich aus mit Studenten-Partys? Also mit Studenten-Partys kenne ich mich nun wirklich aus. Ja, ich lasse fast keine aus. Selber studiere ich zwar nicht, aber die Partys sind wirklich immer die größten, würde ich sagen. Also ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, lassen hier die Fetzen fliegen und wir sehen uns später wieder. Bis denn! Es ist heute Abend eine Veranstaltung fast ausschließlich für Studenten. Natürlich sind andere Gäste auch willkommen. Wir veranstalten es von den Rolling Students e.V. aus. Wir sind ein Verein, der inzwischen ein Jahr alt ist, von Studenten für Studenten gegründet. Anna haben wir jetzt schon länger als Partner. Wir feiern hier öfters Partys und die kommen immer sehr gut an und deswegen haben wir uns jetzt auch für die erste Party in diesem Semester wieder für die Anna entschieden, weil es eben für das Kontingent, also für Studenten von der Größe hier optimal passt und da drin dann richtig gute Stimmung aufkommt und dann kann die Party richtig schön starten. Wir werden jetzt schon wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Musik Ganz ehrlich, zu jedem Studentenleben gehört auch eine ordentliche Feier.